Zum Welt-Tai-Chi und Qigong-Tag hat sich die SMS, die Internationale Gesellschaft für Chinesische Medizin, dieses Jahr auch was Schönes einfallen lassen. Wir haben Workshops angeboten mit dem Titel Qigong und Lebenspflege bei Erschöpfungszuständen. Und zwar wurden hier verschiedene Krankheitsmuster besprochen, die unter anderem auch nach der Covid-Pandemie zum Beispiel entstehen können und haben dann Qigong-Übungen gemacht und auch Akupressurpunkte kennengelernt. Die Workshops haben dreimal am Tag stattgefunden, jeweils 60 Minuten. Dieser Tag war nicht nur für Praktizierende und Lehrende geeignet, sondern wir hoffen, so auch Neuinteressenten gewonnen zu haben und gegebenenfalls für Qigong und Tai-Chi begeistern zu können.